hallo leute willkommen zurück zu einer weiteren folge von trufi noch mit dabei der schilling und die haben uns hier an versucht einzupflanzen 1 zu 1 zu mauern richtig fies ist nicht in ordnung aber jetzt weiß sie mich runter finde ich nicht in ordnung das haben sie bei mir auch getan gut dann laufen richtung nördlich wir haben ja so viel zu erkunden sagt bitte sofort wenn du ein ja einen bauplatz findest weil ich muss unbedingt von den gefunden gefunden verdammt warte ich bin zu weit weg gefunden 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 beziehungsweise du kannst aufbauen wenn du wenn du möchtest ja ich habe ich nehme er das wichtige ist das primitiv ich lachhaft bisschen u2 oder so und dann sowas ach wer brauchst du was schon traurig traurig so beim letzten moment einer zu mir mit steuerung irgendwie konnte man alle items direkt in die kiste setzen aber ich weiß jetzt nicht wie ach so du meinst den stack ja genau das geht irgendwie mit steuerung oder shift und ich habe beides probiert und es geht nicht ich muss immer wieder dieses how many would you like to move drücken und das möchte ich gerne umgehen bei mir geht es nicht versuch es mal kurz ich mache rechts und kann einzelne items darüber setzen ja aber mir auch nicht wie ging das denn hast du gute frage nur es muss insgesamt gehen also irgendwie meinte er insgesamt so weit diese drei pfeile kannst du dann andrücken aber ja die will ich ja nicht soll ja schneller gehen nö wüsste ich jetzt auch nicht gut ich werde hier noch ein bisschen was machen ich werde wollte eigentlich dings herstellen bomben just for fun so shapestone brauchte ich noch da haben was ja weil du die bomben auch so schnell verschwendest immer ach komm das ist doch eine lüge das finde ich aber cool in der wartezeit irgendjemand baut hier immer steine ab und so die bekommt dann jeder ich hab 11 shapestone obwohl ich eigentlich ein ganzes inventar voller shapestone habe wie jetzt ich hab ich hab 230 falls du was brauchst ne ich hatte ich hatte auch okay jetzt geht es wieder also die haben irgendwie nur ein stack also sie fassen das im inventar nicht zusammen sondern die nehmen den ersten stack den ihr sehen das ist ein bisschen doof eigentlich das das meine ich mit dem inventar sortieren da könnte man noch ein bisschen was machen man muss ja jedes einzelne ding einzucraften aber jetzt habe ich 36 bomben warte mal ich habe ein richtig cooles teil aber du hast den style saver noch nicht oder habe ich noch nicht hallo ich bin hier gerade mal u2 ja ich bin jetzt zu diesem rubik's würfel ich habe ein richtig cooles item bekommen für das gesicht vielleicht kann ich das ja durchaus mein style saver machen profession zwar war es gewählt ne doch nicht advanced advanced ach scheiße jetzt habe ich die flames weggemacht solltest du mal kraften gut jetzt wollen natürlich wieder flames wo kriegen wir den her funfactory coole sache aber egal das will ich hier gar nicht ich brauche ein style saver oder hat sowas auch nicht hier doch doch der wird das haben oha wie gemein ist der typ denn was richtig fies von dem was hat denn der gemacht und ich kann hier nichts bauen richtig fies der hat in seinem haus stacheln alter ich sage es geht doch nicht rein hinter dem vorhang mal hier auch noch alte typ ist ja ein arsch weißt du was hast du denn gemacht und ich lauf da einfach rein richtig so hau rein warte mal wo sind wir noch mal hingelaufen ich hätte die flames nicht verballern sollen also jetzt habe ich wieder bomben ist doch schön richtung nordosten oder der charakter der charakter tut mir leid aber wenn neugierig ist muss leiden ist ein richtiges arschloch nein spaß was heißt wer neugierig ist muss leiden wollte nur dein haus ansehen bist du auch gestorben nö ich geh nicht ich geh auch zum beispiel schon mal zum nächsten dungeon ich brauche mir von diesen flames die ich gerade alle verballert habe für meine bomben wenn ich nur wüsste wo du jetzt bist und ich bin in deiner zone nur woanders gespawnt weiter nördlich am rechten rand von dem dunkleren gebiet man nennen mal ein paar namen die in der nähe sind von dir muss trakt charakter ich bin der einzige hier hinten ist hier gibt es keinen mehr ei 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 ja gut ja wenn neugierig ist muss leider sterben ich hätte nicht gedacht dass man in seinem haus sowas machen kann ein gelber dungeon oder wie geil sieht das damit aus oh warte mal da kam du sollst ein portal aufmachen schreibt tamoni möchte in ein portal auf ach so aber dann müssen wir beim eingang das müsstest du kraften das kann man irgendwo kraften so ein portal ist ja ja ich dieses komische original portal portion ne das hatte ich mal ja genau hab keine bottles dabei aber auf der bank vielleicht auf der bank enttäusch uns nicht ne joint mir mal alter ist ja nicht das geht ja nicht schau mal ich bin in deiner zone aber ich muss ja noch zu dir verstehst du naja lauf doch mal zu mir ja das tue ich ja gerade aber du bist so weit weg jetzt hat jemand denn die quest hier gemacht wer ist so hier ist noch die als die ganzen leute von uns die ja gerade den dungeon gemacht haben wir solche archis ich kann mich nicht mehr erinnern wo du warst auch kein item ist ein weißes bei dir in der nähe ein spieler namens weißes nein ich bin in der mitte vom vom dank von dem dunklen gebiet wo wir waren hier ist ein portal jetzt ist ja so ein portal von von wir müssen das ein weißes portal ach komm ich habe doch den namen gesehen dann nehme ich das mal open by charakter so ich scheine die und hier müsste jetzt ein weißes portal sein ja mach mal von charakter bitte bitte was wieso komme ich da wollen das ich will zum eingang da hinten ist doch ein riesen dungeon ich gehe dahin aber schon mal hat sie erledigt was habe ich nicht bedacht wie komme ich jetzt hier im zonen eingang wenn du den hub gehst und dann meine zone joins wahrscheinlich das habe ich gemacht aber dann komme ich jetzt wieder irgendwo hin das ist ja ungünstig also das finde ich echt so mit gruppen man kann niemanden finden wieder und so stelle mal vor wir werden jetzt nicht hier am team speak oder so und da würde man sich ja nie wieder finden wir sind doch richtung norden gelaufen am anfang nordosten oder bin ich komplett dumm nennen 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 südost glaube ich echt jetzt nein ja ja doch oh man ich glaube schon was wir südosten gelaufen sind ja wir sind südosten glaube mit ziemlich sicher muss man kurz hier fragen warte mal zurück zum zum habe ich komme zu dir wieder machen was einfacher aber das war so eine schöne zone dort ja dann suchen wir uns eine andere zonen die schönes ich bin jetzt zurück wo bin ich denn hier gelandet charakter meint er hat ein portal geöffnet gut moment ich will es nur testen ich schon jetzt charakter so bin ich sind hier gelandet holy shit und jetzt bin ich genau hier wo ich war also das geht nicht das sorry charakter das kann man so nicht machen joint shilling ich bin die sie gedäunt kommen zurück zum zum anfang ach so ne man man kommt wieder zurück zu seiner ursprünglichen position ist doch kacke genau das sage ich ja das meine ich ja dann lass in ein komplett anderes reingehen nein kommen wir müssen wir ja shilling habe shadow für durch dich war der black wolf vorhin bei uns keine ahnung ich so schon mal neues portal ja man das ist ist hier weize angebaut lol ist ja lustig wie so ein öl garten das hier wie so ein öl garten wo muss ich jetzt lang laufen ach ich habe öl verstanden weil ich stehe hier gerade in einer ölpfütze oh ich bekomme hier schon wieder items nein schenkt mir wow das ist ein krasses item weißt du sagst die ganze zeit schenkt mir doch mal nichts und nimmt sich immer wieder e drücken e drücken e drücken ja wenn er es extra hin legt dann muss ich es machen ach komm das ist doch alles eine rausrede hier komm gib mir auch mal was ab heftig alter ich habe jetzt etwa 1300 leben mehr nice kannst du ja beim nächsten mal endlich mal wieder tanken ähm kann es sein dass sich die stadt verändert hat es gibt keine mauern mehr wirklich also zumindest sind die viel geringer habe ich das gefühl oder waren die immer schon so niedrig im hub jetzt meinst du naja im hub so mhm ist mir jetzt nicht so aufgefallen ich habe nicht darauf geachtet wenn ich ehrlich bin aber ich gehe jetzt in ein neues u2 mach mal ich gehe ganz kurz in den stylesaver und guck mal was hier schönes alles weghauen kann ah ne jetzt die rote waffe wollte ich eigentlich behalten so wobei ne rainbow kann man behalten die rote wurde zu rainbow genau die rote wurde zu rainbow und rainbow könnte man zu shadow machen habe ich das raus gelesen oh man yay destroy wir haben eine neue zone geöffnet okay ich bin unterwegs so alter das ist echt da muss man echt sagen das ist nervig aber wozu sollten wir sowas jetzt rausschneiden oder so das ist eben ich bin mir sicher so viele leute haben auch ja solche probleme alltagsprobleme drauf du bist es nun mal also ich weiß nicht ob ich jetzt etwas besonderes entfernt habe aber ist egal ich joine dir in eine über fünf hellen nein spaß über zwei ich bin da joan is beginning ist das richtig ich kann dich auf dem map noch nicht sehen ja genau ja genau gut dann lass nordwesten äh nordosten gehen ich seh dich ich seh echt gut aus da hinten vor allem ist ja auch keine sau gewesen bisher ja ich sag ja neues komplett neues hier ist das cursed way wieder glaube ich da wo wir gerade unterbrochen wurden ganz kurz ach so ja stimmt ein riesiges langes gebiet hier oh da haben wir schon den nächsten dungeon auf geht's aber ist immer irgendwie die gleiche dungeon bisschen schade skelettel viking eine sache die wir noch nicht so ausgeschlachtet haben das sind diese süßigkeiten dungeons da waren wir nur einmal ganz kurz bisher ja aber das ist ja über fünf ist das ach stimmt ja genau das gibt es ja nicht das gibt es ja nicht in unserer oh hier ist der hier ist der hero warte mal ach hier den eingang nicht gefunden oh man mein mount sieht so lächerlich aus mein sebastian ich gönne mir einfach mal so einen fliegenden teppich oder irgendwas so was mach mal gönn dir mal gönn dir einfach mal kannst du einfach mal 50 euro ins game investieren ja ja easy easy going ey ich könnte mir so einen awesome smiley ball kaufen ich hab sogar schon genügend kubits dafür stimmt das kann man mit kubits kaufen geil ist das ein fast mount ja das ist ein fast mount aber dann hab ich gar nichts mehr ist doch egal scheiß doch drauf ah ich weiß ja nicht kannst du schon bitte bewegung mir helfen ich werde dir grad getötet ach so sorry ja das kein ding ich muss shoppen ich auch aber ich werde trotzdem angegriffen also gönnen wir uns sowas oder nö ich spar vielleicht lieber auf ne klasse ich glaube das ist ne bessere idee jo das mach ich definitiv für was sparst du auf keine ahnung so dracolyt neo ninja candy barbarian ach die kann man sich ja auch kaufen mit mit kubits geil jo darauf ich nehme wahrscheinlich den dracolite oder weiß nicht dann werde ich irgendwie sowas wie ninja ist echt geil der ist ja bestimmt schnell ich nehme den ninja glaube ich ja einer von uns beiden muss auf jeden fall den ninja und was ich noch cool finde das ist der candy barbarian oh ja da ist ein riesen lunge riesen schnell du weißt schon das video dann von 0 hochleveln müssen ist der gestorben wer jetzt ne ich wollte schon sagen äh dass er nicht immer gestorben ist aber er kommt ja weißt du alle laufen an dem gehner vorbei und lass mich allein mit dem wie nett wenn du immer vorläufst ja ich muss ja sonst kickst du euch doch nie aus jo also genau du weißt schon wir müssten dann bei 0 wieder anfangen zu leveln ja ich weiß ich schätze mal wenn du das charakter level mastery ist ja das schwierige u1 und so müssen wir beginnen oder keine ahnung oder wir laufen einfach nur mit und die leute power leveln uns ähm es wäre ja unfair ähm wir würden doch nie geschenke annehmen ne auch niemals niemals aber ich weiß ich komme direkt raus aus dem Partei und kriegt direkt auf die Fresse ist so ja nein der derf stirbt gleich er macht seinem Namen eine Ehre ist egal ne wir müssen jeden hier retten es darf niemand bei uns sterben da müssen sie um uns mit laufen ich habe der charakter nimmt jetzt mal die ganzen Dungeons mit weißt du und wir müssen das hört sich so seltsam an wenn du das sagst der charakter aber ist nicht sein Name der typ hier alter der olle und hier ist noch einer hinter mir wer ist denn das wow ich nicht ich bin es nicht wieder drei Helden glaube ich Schnorrer Schnorrer sind wir natürlich meinen die im Chat wir haben die im Weltenchat schreibt komm auf den Slay äh auf den State Chat ja aber hast du den siehst du den gar nicht ja doch ich sehe den auch ach so ok ich will ihn nicht sehen wo ist die scheiß Box da ist sie hier meine looten langsam kommen wir auch wirklich mal wieder in die in die Shadow Arena ich habe langsam echt genug Zeug um einen Shadow Key zu machen ach doch mhm ja aber diesmal bitte nicht U5 ne U2 U2 maximal oder U1 das meinten manche Leute wenn wir erneut mit vollen Tränken einen Versuch gewagt hätten wäre es vielleicht was geworden aber nein vergiss es ja das denke ich auch weil die Sache ist wenn man nur zu acht hier rein darf und wir sind schon mal zwei davon und wir sind nicht auf U5 Niveau wir sind so U1 maximal U2 wir haben noch nicht mal wirklich was geforscht weißt du die sind immer auch einer und zweier Stufen überhaupt das ist dann das nächste Problem genau das Problem mit dem Flux ja Dev wollte uns auch eben vorhin Flux schenken aber wie gesagt das geht nicht so ein Item nebenbei mal aber ihr könnt uns nicht alles geben ich weiß noch mhm wo war das Affin in Diablo 3 hat hier so ein Video rausgebracht so ein Troll Video wie man 30 Millionen Gold in 10 Minuten macht er hat sich schenken lassen ja genau von seinen zusehern Spenden angenommen ja warum nicht so oh Dev hat mich eingeladen für die U5 Shadow Arena richtig nein nimm an nimm an das ist total überhaupt keine Zeitverschwendung ja bin weg alles klar viel Spaß dabei und tot bin wieder da ja war klar ich warte hier aber während hier der Schilling noch läuft da hat jemand so ein riesen Haus gebaut ähm machen wir eine kurze ja dann machen wir kurz Schluss mit dem Part und sind wir dann tun wir das ja tun wir das dann sehen wir uns morgen wieder bei Truth und bis dahin haut da rein Leute Bye Bye Tschüss guck t guck w k